13 sind dem großen Bruder zu wenig. Nach den freiwilligen Auszügen von Patrick Hufen und Jeremy Fragrance holt sich Sat.1 eine neue Bewohnerin ins Promi Big Brother Haus, Katrin Heine. Durch ihre Teilnahme bei Goodbye Deutschland hat sich die 38-Jährige inzwischen eine Fanbase aufgebaut. Als Geschäftsführerin von Elf Sonnen Studios schuftet sie 60 Stunden an 7 Tagen in der Woche. Da scheint ihr Einzug bei Promi Big Brother ja quasi ein Erholungsurlaub zu werden. Eines ist sicher, mit Katrin wird es ein paar Grad wärmer im Promi Big Brother Haus. Denn die gebürtige Sexin zeigt sich sehr gerne freizügig. Sie hat keinerlei Hemmungen, was ihren Körper angeht. Warum auch? Gerne präsentiert sie sich auf ihrem Instagram- oder TikTok-Kanal und teilt ihre Schnappschüsse mit ihren Followerinnen und Followern. Ob im Solarium, bekleidet im Bikini oder im engen Top und schwarzer Leggings. Katrin weiß sich in Szene zu setzen. Dabei verblüfft sie ihre Fans auch mit ungewöhnlichen Talenten. Wer kann schon eine Flasche mit der Brust öffnen? Katrin Ken. Über sich selbst, sagt die 38-Jährige. Ich polarisiere echt stark. Ich sage das, was ich denke. Entweder man hasst mich oder man liebt mich. Man darf also gespannt sein, wie sie sich in der wohl berühmtesten TV-WG schlagen wird.